Herzlich Willkommen zu einem neuen Gespräch Beyond Perception, wie immer mit der Intention, mehr über uns selbst zu erfahren. Ich bin der Simon und freue mich sehr, heute Dr. Dr. Gerald Küter zum Gespräch zu begrüßen. Herzlich Willkommen. Hallo, lieber Simon. Freut mich sehr. Mit dem ehemaligen Investmentbanker hatte ich bisher auch noch nichts zu tun, dass wir zusammen machen können. Ja, ich freue mich ebenso. Ich habe es gerade Ihnen schon gesagt, mein eigenes Selbstverständnis hat sich über die letzten Jahre ganz schön verändert, sage ich mal, selbst von meiner eigenen Überraschung. Und vielleicht stelle ich Sie, also ich meine, Sie sind natürlich sehr bekannt, aber ich stelle Sie einfach nochmal kurz vor. Sie sind Neurobiologe, zählen zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands, sind Autor von, glaube ich, über 30 Büchern mit dem aktuellen Buch Wir informieren uns zu Tode und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Einfluss früherer Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Stress und Angst sowie der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Sie sind Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung und bilden seit kurzem auch zum Potenzialentfaltungscoach aus. Also ich freue mich, dass es heute klappt. Ich mich auch. Man kommt ja eigentlich, wenn man lange genug mit etwas Freude an irgendetwas arbeitet, automatisch daran, dass das dann auf einmal so eine lange Liste ist. Da habe ich mich nicht angestrengt, das ist einfach so geworden. Aber es stimmt, es hat mich schon etwas bewegt. Das ist ja auch das, was wir hier miteinander ein bisschen besprechen wollen. Ich war immer auf der Suche und habe etwas, das nennt man so Neugier, aber das gefällt mir nicht, das Wort, weil das so gierig klingt. Im vorigen Jahrhundert haben die Leute offenbar mit solchen Menschen nicht viel anfangen können. Die sind da also wie Süchtige behandelt worden. Deshalb habe ich mir nicht so lieber Entdecker Freude. Aber wenn die mich und die befällt mich dauernd. Und das ist offenbar auch schon seit meiner Kindheit so. Und wenn man jemand ist, der einfach gerne sich mit neuen Dingen beschäftigt und sich immer wieder daran freut, was er da alles entdeckt und was er rausfindet, dann, was soll man damit machen? Dann muss man es aufschreiben, muss man es anderen erzählen, das mit anderen teilen und dann kommt dann sowas raus. Ja, also ich kann sagen, in meinem Leben, da gab es eine Zeit lang wirklich gar nicht so viel Freude. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, da gibt es viel Angst, viel Unerfülltheit, viel gesundheitliche Herausforderungen. Und dann auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, sage ich mal so die Wellnessindustrie und auch der, wie kann man es umschreiben, Selbstbildungsmarkt, da sind ja Milliarden, wenn nicht Trilliarden Märkte im Sinne von Umsätzen. Also irgendwo diese Thema Potenzialentfaltung, das beschäftigt viele ganz bewusst, aber was man unter Potenzial versteht oder wie man das angeht, ohne das als Mangelkompensation und eigentlich dann wieder Mangel zu perpetuieren, das ist ja irgendwie so, sage ich mal, eine ganz interessante Frage. Was, 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 was Sie also auch, weil ich es ja gerade gesagt habe, seit kurzem, glaube ich, seit September bilden Sie zum Coach aus, nicht? Seit kurzem gibt es einen Kurs, der über eine Firma vermarktet wird, da habe ich nur die Einspielung gemacht, das ist eigentlich so eine Art Ausbildungskurs für Menschen, die sich dafür interessieren, anderen dabei zu helfen und vielleicht auch sich selbst dabei zu helfen, dieses in Ihnen schlummernde, noch nicht zu Tage getretene, ganz besondere Potenzial, dass das also dann sich endlich entfalten kann. Das ist relativ banal. Was da im Augenblick auf der öffentlichen Ebene alles stattfindet in Bezug auf Potenzialentfaltung ist zum Teil sehr lächerlich, dass die scheinen gar nicht verstanden zu haben. Die meisten haben offenbar gar nicht verstanden, was Potenzial ist. Potenzial ist ja nicht etwas, was ich schon habe, sondern das ist etwas, was in mir schlummert und was werden könnte. Talent und eine Begabung ist auch so etwas, was noch nicht da ist. Aber wenn ich schon auf der Bühne stehe und meine Kunststücke mache, dann habe ich dieses Talent und diese Begabung in eine Kompetenz umgewandelt, also in eine Fähigkeit. Und das ist dann kein Potenzial mehr, das ist dann eben da. Und wenn man das so betrachtet und so ist es wohl das einzig Richtige, dann war das größte Potenzial, was ich mal oder was irgendjemand von uns mal gehabt hat, das war in dem Augenblick in ihm vorhanden, als er noch nicht befruchtet war als Eizelle. Schon wenn das Spermium da eingedrungen ist, geht nicht mehr alles. Dann geht es entweder in Richtung männlich oder weiblich und dann ist ein Teil des Potenzials schon weg. Und wenn man dann weitergeht, dann differenzieren sich die Zellen und dabei schränken sich die Möglichkeiten immer weiter ein. Dann wird dann plötzlich aus irgendeiner Zelle eine Leberzelle und eine Lungenzelle oder eine Hautzelle. Das ist eine ständige Einschränkung vom Potenzial. Also jeder Spezialisierungs- und Differenzierungsschritt im Laufe des Lebens ist nicht Erweiterung vom Potenzial, sondern Einschränkung. Merkst du was? Das kann man auch noch ein bisschen schöner ausdrücken. Das ist ja so, und das wissen ja auch alle, die uns hier zuhören und zuschauen. Man kommt mit als kleines Kind, kann man sich ja noch erinnern, hatte man diese ganze Entdeckerfreude, diese Gestaltung, dann ist man da losgejagt in die Gesellschaft. Und wenn man nicht so viel Glück hatte wie ich, ich war damals noch in so einer Schulklasse, da gab es noch vier Klassen in einem Raum, die wurden in Bankreihen hintereinander, erste, zweite, dritte, vierte, und Musik hatten sie immer alle zusammen. Wie der Lehrer das hingekriegt hat, dass er die einzelnen Bank reingetrennt unterrichtet hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist ja doch was aus mir geworden. Also vielleicht kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie perfekt man das macht. Hauptsache ist, dass man ein bisschen Freude daran hat. Und jedenfalls war das ja noch eine Zeit, wo ich sehr viel Glück hatte und wo ich mich nicht so, nenn es mal, anpassen musste, an die Erwartungen der Erwachsenen und an die Anforderungen der Schule. Die meisten jungen Menschen, die heute groß werden, haben schon im Kindergarten gelernt, was man am besten tun sollte, damit man keinen Ärger kriegt oder wie man sich verhalten sollte, damit man geliebt wird und gelobt wird. Und das kann man aber nur, indem man seine lebendigen Talente und Begabungen, also vor allen Dingen seine lebendigen Bedürfnisse unterdrückt. Ich kann ja nicht immer zu umherspringen, weil ich so ein lebendiges Bedürfnis nach Bewegung habe, wenn ich in der Schulbank sitzen muss den ganzen Tag. Ich kann auch nicht dauernd irgendwas erfinden und was entdecken oder was bauen, wenn ich doch das Bauen entdecken und finden soll, was die Lehrer oder die Eltern sagen. Und damit muss man gewissermaßen diese lebendigen Grundbedürfnisse, die muss man dann wegdrücken. Dann muss man die so schnell das immer einwickeln, muss man so lange, wie so ein Kokon da oben, das sind ja Netzwerke, die bringen das immer wieder nach oben und dann will man gerne, dann merkt man, es geht nicht und dann muss das gehemmt werden. Dann sagt man, man unterdrückt das Bedürfnis. Das ist dem Hirn aber viel zu kompliziert, wenn das ein paar Tage so gemacht wird mit dem Unterdrücken, dann macht es sich das leichter und macht einfach ein paar hemmende Verschaltungen und die werden da drüber gelegt und dann ist es weg. Dann kann ich den ganzen Tag auf der Bank sitzen oder ich hier heute den ganzen Tag auf dem Sessel. Da ruft nichts mehr. Da ist alles in Ordnung. Ich kann die Dinge erledigen, die der Lehre oder später der Chef sagt, da ist nichts mehr, was sich da regt in mir, ich arbeite das ab. Ist es diese Hamsterrad-Mentalität? Ich nehme an, dass du die da auch bei deinem Investmentbanking so erlebt hast. Da passiert ja dann auch nichts mehr. Das ist ja eigentlich ein halbtotes Leben. Und jetzt kommt es und wenn du dich so verwickelt hast, dann kannst du dich nicht entfalten. Es steckt ja immer noch viel drin in dir, aber das kann dann einfach nicht raus. In diesem verwickelten Zustand, dann müsstest du dich erstmal entwickeln. Und das ist der wahre Begriff von entwickeln, dass man versucht, aus Verwicklungen herauszukommen, in die man hineingeraten ist. Und wenn du ein Fachidiot oder Leistungssportler geworden bist, dann hast du dich eben heftig verwickelt. Das ist keine Potenzialentfaltung, die da stattgefunden hat, sondern etwas, was dich daran hindert, diese wirklich tatsächlich in dir angelegten Potenziale entfalten zu können. Und wenn du sehr erfolgreich geworden bist in irgendeinem Gebiet, dann kommst du da ganz schlecht aus diesen Verwicklungen jemals wieder raus, weil das ja alles so gut läuft. Und dann musst du das ganze Leben lang auf der Spur weiterfahren, auf die du da irgendwann mal draufgeraten bist. Und das macht dann so richtig dauerhaft Spaß, das macht das nicht. Also irgendwann regt sich dann auch mal was, aber bei manchen eben sehr spät und das sagt, ich möchte wieder lebendig sein. Ich möchte aus diesem, wo ich immer nur muss, möchte ich raus. Ich möchte mal in der Welt leben, wo ich darf und wo ich kann und wo ich was wollen darf. Und dann fangen Leute an und entwickeln sich. Und die sind dann aber auch nicht mehr tauglich, also für jetzt diesen Arbeitsbereich, wo sie vorher möglicherweise gewesen sind. Nicht alle. Es gibt auch viele Menschen, die sich gut entwickeln können, ohne dass sie gleich alles aufgeben. Aber die, die da nicht gut, für die das kein guter Platz war. Die Uni oder dann so eine Bank oder was immer das so sein mag. Das sind dann oftmals Orte, wo man also wirklich sich weder entwickeln noch entfalten kann. Also wo man sich eigentlich nur immer schlimmer verwickeln kann. Und dann ist es manchmal, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man dann die Kurve kriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, das war wirklich, also es hat lange gedauert, da irgendwie den Absprung zu schaffen, oder? Weil das ein komplettes, immer permanentes Vergleichen mit dem war, was ich gelernt habe, was bedeutet, dass ich gut bin, oder? Ja, aber jetzt habe ich doch das und jetzt bin ich doch da. Wenn ich das jetzt weggebe, was bleibt denn übrig? Da war überhaupt kein, sag ich mal, kein inneres Gespür irgendwo mehr da. Das war so abgestumpft, sag ich mal. Ja, das kenne ich, aber das ist ja, es sind auch sicherlich viele meiner Wissenschaftlerkollegen, da hast du dann gearbeitet, das hat ja auch noch einigermaßen, also es hat eigentlich schon Spaß gemacht, du bist ja nicht ohne Grund. Also am Anfang hat es auf jeden Fall Spaß, das war Abenteuer, Lernen, Stimuliert und so weiter. Genau, wirst du noch promoviert und dann hast du dann auch noch die Professur, das Ego gepinselt und so weiter. Genau, und du steigst auch auf, das wird immer besser. Und da kommst du gar nicht auf die Idee, solange du noch auf diesem Aufsteigen erst bist, kommst du gar nicht auf die Idee, dich zu fragen, ob das überhaupt das war, was du mal gewollt hast. Du bist da vielleicht irgendwie reingeschlittert und in dir hat mal früher was gerufen, das hieß, geh raus in die Natur oder mach Musik oder mach Kunst oder mach irgendwas anderes. Und dann hängst du da in dieser Mühle drin und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, du hast dich da verrannt, du hast dich verwickelt, wenn dann Menschen bis dahin so erfolgreich damit sind, dann empfinden, dann haben die sich damit so identifiziert mit dieser Verwicklung, dass die das so empfinden, als kommt jemand und will ihnen das Bein absägen. Die kämpfen dann richtig heftig, dass das alles richtig ist, was sie da machen. Und man solle mal nicht so einen Blödsinn erzählen, man hätte das ja doch zu gar nichts gebracht und was da noch alles für Argumente kommen. Und da sieht man, wie sehr Menschen dann durch das geprägt werden, was sie als erfolgreiche Lösungen im Laufe des Lebens gefunden haben. Das ist so eine dieser wunderbaren Erkenntnisse, die ich da aus der Neurobiologie rausgezogen habe. Was im Hirn verankert wird, sind nicht die Probleme, die wir im Laufe des Lebens haben, sondern die Lösungen, die wir finden. Das macht ja auch viel mehr Sinn. Also wenn du dann irgendwann mal auf die Idee kommst, so mit 18, du kannst auch mal ordentlich Knete machen, das sei ja eine gute Lösung, weil es gibt ja so viele, die auch ordentlich Geld haben. Das war meine Motivation. Genau. Und sonst sorgen dir noch welche, da brauchst du auch nur bis 40 mal richtig ranzuklotzen, dann hast du so viele auf der Kante, dann kannst du den Rest des Lebens dir einen lustigen machen. Dann kann das durchaus passieren, dass du da losmarschierst. Und jetzt findest du am Anfang auch noch rein und das funktioniert. Also da kommst du rein und rein und dann versinkst du in diesem Strudel und das sind wahrscheinlich nur wenige, die dann nochmal die Kurve kriegen und merken, dass sie da also in irgendwas reingerannt sind, was gar nicht ihres gewesen ist. Und das sind die Lösungen. Und solange das eine Lösung ist, bleibt es drin. Und wenn es dann plötzlich in Frage gestellt wird, weil nun auf einmal was anderes auftaucht, was mit dem im Widerspruch steht, zum Beispiel dein wirkliches tiefes inneres Empfinden, deine wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnisse, dann merkst du, das kollidiert mit dieser Lösung. Das ist dann nicht mehr lebbar. Und dann können Menschen den Hebel umlegen. Das ist nicht, da muss man nicht zu einem Training gehen oder da noch lange üben, sondern das ist eine Entscheidung dann irgendwann mal. Wenn es reif ist, entscheidet man sich, dass das jetzt genug war und dass man es anders versucht. Ja, also ich habe, als ich gekündigt habe, also ich hatte ein gewisses Ersparnis und so weiter, aber ich lag wirklich im Bett und mein Körper hatte Panikattacken. Das war wie wenn, es hat sich angefühlt, wie wenn ich jetzt sterbe. Und ich saß da drin, aber das macht doch gar keinen Sinn. Ich sterbe doch jetzt nicht. Aber es hat sich tatsächlich angefühlt, wie wenn ich sterbe. Und also was ich jetzt bei mir entdecke über die letzten Jahre, das ist wie so eigentlich den Kompass neu setzen, sage ich mal, von irgendwie so einem Automatismus oder irgendwie eigentlich gesteuert sein von Angst, irgendwie Angst zu kompensieren. Und jetzt irgendwo den Kompass zu setzen, auf was mir am Anfang was Freude machen könnte. Das war eine Hypothese, da war noch keine Freude da. Aber jetzt eigentlich immer mehr, dass das irgendwo so natürlich meine Freude ist, aber gleichwohl, und da würde ich gerne hören, wie Sie das sehen, merke ich auch, dass da auch viel Angst dazwischen steht dann, also gerade in meinem Weg jetzt, also dass Angst nicht unbedingt ein Indikator dafür ist, ob das für mich stimmig ist, das zu tun. Ja, das ist ja alles auch so lange unterdrückt worden. Und dann muss man tatsächlich, wenn man sich aus diesen alten Mustern lösen würde, das heißt, man fängt auch an sich selbst vielleicht das erste Mal zu fragen, was einem hier überhaupt gut tut. Und dann höre ich oft von Menschen, die so einen Weg zu gehen versuchen, dann sagen die, ich weiß nicht, was mir gut tut, ich spüre nichts. Und dann hilft das nichts, dann muss man mit denen versuchen, oder die müssen in sich versuchen, hineinzuspüren, das geht dann nicht anders. Und dann weiß ich aber, dass da was kommt. Also wenn die, ja, man kann es auch ein bisschen erleichtern, indem man mal einfach irgendwas macht, dass man mal irgendwo hingeht, wo man mit anderen gemeinsam singen kann, wo man tanzen kann. Tango-Tanzen ist auch so eine gute Geschichte. Musizieren, also dann kommt das schon, dann spürt man plötzlich, hey, da ist ja doch was. Und dann muss man, ja, wenn man es dann erst mal wieder spürt, dann ist das ja so ein schönes Gefühl, das möchte man dann nicht wieder in die einwickeln. Das soll dann bitte so bleiben. Und dann fängt man an, sich Gelegenheiten zu suchen, wo das immer häufiger kommt, dieses Gefühl. Dass man, ich nenne es mal einfach, dass man lebendig ist. Und dann wird es, weil das ja dann als Lösung erlebt wird, es macht dich ja froh, wird das immer verankert, immer fester und dann überlagert es das Alte. Dann gibt es eigentlich nur noch ab und zu vielleicht mal so einen Rückfall, wenn du wieder so einen alten Investmentbanker triffst, der da mit seinem Ferrari da angefangen kommt. Ich sehe noch mal so einen kurzen Impuls, aber das ist, dann wird immer weniger. Sie haben ja, schreiben wir auch in Ihrem Selbstverständnis auf Ihrer Akademie seit, oder? Dass kein Mensch in der Lage ist, ich höre es mir aufgeschrieben, die in ihm angelegten Potenziale allein, ohne andere Menschen zu entfalten. Ja, das ist so eine, wir haben ja viele Ideologien in unserer Gesellschaft. Also die sind dann auch noch wissenschaftlich verbrämt, sodass man nicht weiß, ob es sich um eine Ideologie oder tatsächlich um eine wissenschaftliche Erkenntnis handelt. also zum Beispiel diese Ideologie ohne Wettbewerb keine Leistung oder ohne Druck kein Ergebnis. Das kann man so sehen, ja. Aber ob das stimmt? Wenn man natürlich, wenn ich jetzt jemanden antreibe mit der Peitsche, da läuft der natürlich schneller. Aber ich kriege nie raus, wie schnell der gelaufen wäre, wenn der gerne gelaufen wäre. Also dieses Beispiel mit dem kleinen Jungen, der da so einen Turm baut, der will doch keinen mittelhohen Turm bauen. Immer den höchsten. Das heißt, diese Leistungsbereitschaft und immer das am besten und perfekt machen zu wollen, die ist uns sozusagen innewohnend. Da muss man nicht drücken und schieben. Und wenn man jetzt auf dem kleinen Jungen mit seinem Turm drückt und schiebt, dann verliert er die Lust am Turmbauen. Und das ist einfach eine doofe Idee. Also gilt ja für viele andere Bereiche auch. Und das ist einfach eine Ideologie, die wir da mal irgendwann eingeführt haben. Ohne Druck geht es nicht. Und dann kommt dann gleich die nächste Ideologie. Ohne Wettbewerb geht es auch nicht. Der Wettbewerb macht dann den Druck. Und dann wird gesagt, ohne den Wettbewerb gibt es auch keinen Fortschritt. Und die ganze Evolution ist auf Wettbewerb aufgebaut. Also kann man so glauben, aber muss man ja nicht unbedingt. Man kann ja auch sagen, dass die Evolution eine zunehmende Geschichte der Verwicklung ist. Die Säugetiere zum Beispiel haben eine fünfstrahlige Hand. Fünfstrahlige Vorderextremität. Und dann kann bei den einen, kann dann daraus bei den Federmäusen ein Flügel werden, bei den Maulwürfen eine Grabschaufel, bei den Delfinen eine Flosse, bei uns so eine Hand. Und das ist eine Spezialisierung. Aus dieser Anlage, Fünfstrahligkeit, wird dann das eine oder das andere. Diese Art von Spezialisierung, das ist etwas, was durch Wettbewerb getrieben wird. Also auf der menschlichen Ebene, sei es ein Fachidioten und Leistungssportler, kriegst du durch Wettbewerb. Aber kreative Leute kriegst du nicht durch Wettbewerb. Und der ganze Darwinismus beantwortet auch gar nicht die Frage, woher diese fünfstrahlige Vorderextremitätenanlage kommt. Das ist ja was auf der Ebene der Empryonalentwicklung, wo diese Fünfstrahligkeit da angelegt wird. Und wenn man sich das heute mit den heutigen Kenntnissen der Biologen so ein bisschen anschaut, hat das, was dort passiert, mit Wettbewerb gar nichts zu tun. Es hat auch nichts mit genetischen Programmen zu tun, die da erfunden werden müssen. Sondern es hat vielleicht eher was mit spielerischem Ausprobieren zu tun. Also auf der Ebene der Programme und auf der Ebene der Interaktionen dieser Zellen, die dann später mal so in der Hand werden, wird da ausprobiert. Und da ist wahrscheinlich die Fünfstrahligkeit die einzig, die allergünstigste Lösung, aus der du das meiste machen kannst. Und die haben die dann halt gefunden. Und dann machen sie daraus was. Und dann würde ja dieser ganze Darwinismus also im Grunde genommen eher beschreiben, wie man sich spezialisiert oder zum Fachidioten wird. Und dann wäre das ja gar keine Entwicklung. Das wäre eine Verwicklung. Und denen ist auch nicht so gut zu helfen. Wenn die einmal so eine Fledermaus geworden sind, ist Mist. Da können sie nur noch eine Fledermaus. Aber bei uns Menschen ist es eben anders. Wir sind ja nie richtig fertig. Wir könnten unterwegs noch mal eine Kurve kriegen. Und könnten aus einer Spezialisierung, in die wir geraten sind, zum Beispiel als Investmentbanker kann man auch wieder raus und dann noch mal das Leben in seiner bunten Vielfalt sehen, wahrnehmen. Beyond Perception. Wunderbar. Aber in diesem verwickelten Zustand, da guckst du ja dauernd wie mit dem Fernrohr auf die ein und dieselbe Stelle. Also da ist im Augenblick sehr viel los und da ist sehr viel Ideologie drin und da wird einiges aufzuräumen sein. Aber es ist ja so, dass jedes gesellschaftliche System und jede Kultur so bestimmte Glaubenssätze hat, die sie braucht, damit sie sich selbst stabilisieren kann. Und das Interessanteste ist eigentlich immer diese Zeit, wo diese Glaubenssätze ins Wanken kommen. Und ich glaube, dass wir im Augenblick so etwas erleben. Also diese unglaubliche Wendezeit und was da alles so proklamiert wird. Ja klar, es ist viel los im Außen. Aber das, was unten drunter liegt, ist, dass irgendwie diese alten Glaubenssätze nicht mehr gelten. Also wahrscheinlich sind jetzt immer mehr Leute unterwegs und stellen praktisch auch fest, dass man auf einem begrenzten Globus nicht unbegrenzt wachsen kann. Also das kann man sich eine Zeit lang, kann man sich mit Blindheit wappnen und darüber hinwegsehen wollen. Aber irgendwann geht es eben nicht mehr. Und dann sieht man plötzlich, wir müssen mit etwas zurechtkommen, was wir noch nie in unserer Wirtschaftsgeschichte gehabt haben. Rezession. Das darf ja gar nicht sein. Rezession ist nicht erlaubt. Weil die das ganze System zum Zusammenbruch bringt. Also jetzt sind wir plötzlich in so einer Phase angekommen, wo also nichts mehr sicher ist, wo man auch nicht mehr weiß, wo es lang geht. Die Leute kriegen dann zwangsläufig, ist ja klar, Verunsicherung und Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeitsgefühle. Und das ist alles unter der Überschrift Angst ganz gut zu fassen. Es breitet sich in der Gesellschaft zunehmend eine Art Angst aus. Und biologisch ist ja Angst was Gutes. Angst sagt dir, dass du falsch unterwegs bist. Die will dich ja nicht umbringen, die Angst, sondern die will dich retten. Und damit du nicht noch diesen Abgrund auch noch unterspringst. Dann kommt die Angst und dann trittst du zurück und machst die Kurve. Und deshalb müssen wir eigentlich eher fragen, was will uns denn diese Angst sagen? Das ist eine ganz andere Frage. Und es kann nur so sein, dass diese Angst uns sagen möchte, dass wir offenbar jetzt am Ende einer Verwicklung angekommen sind, dass es so schlimm geworden ist, dass es höchste Zeit wird, dass wir uns mal daraus befreien, uns entwickeln. Und dann, wenn ich das so rumformuliere, merkt jeder, das ist nicht etwas, was du von oben erwarten kannst von den Parteien und den Regierungen. Das kannst du selber machen. Das ist auch der Einzige, der es machen kann. Aber das bedeutet ja dann auch, dass auch wenn ich jetzt, also vielleicht hört man jetzt unserem Gespräch zu oder ich kenne das aus eigener Erfahrung und man hört schöne Gespräche. Ja, Freude, ja, ich fühle, das stimmt. Aber dann schaue ich in meinen Arbeitsalltag und dann habe ich vielleicht Angst, oder? Und jetzt zu tun, was ich Lust habe, obwohl ich diese Angst spüre, oder? Das ist vielleicht erst mal ein Schritt, aber dann kann man ja sagen, oder? Das Außen wird sich ja erst ändern, wenn wir trotzdem der Freude nachgehen. Oder wie würden Sie das kommentieren? Also das ist ja eigentlich, was wir im Außen erleben, ist ein Spiegel von uns im Innen, oder? Also wenn wir nicht in die Tat gehen, das umsetzen. Ja, aber es fordert uns auf, etwas zu tun. Also dass man so auf dem Sofa sitzt und nur von Angst geschlottert gepeinigt wird, das ist ja nicht der Sinn der Angst, sondern sie fordert uns auf, etwas zu tun. Und da gibt es ja auch drei Möglichkeiten, die wir da haben. Und das sind die drei großen Ressourcen, die wir alle einsetzen können, um solche schwierigen Situationen zu überstehen. Und das geht immer mit Vertrauen los. Also ich müsste mein Vertrauen wiederfinden in diese, Entschuldigung, ich müsste mein Vertrauen wiederfinden und erkennen, dass ich doch über eine ganze Reihe Kompetenzen verfüge, die ich jetzt mal einsetzen kann und dann kann ich vielleicht das Problem doch lösen. Rückbesinnung auf das, was man kann, ist schon mal gar nicht so schlecht. Zweitens, wenn es alleine nicht geht, da habe ich ja hoffentlich irgendjemanden, mit dem ich das teilen kann, wo ich hingehen kann, der mir hilft. Das ist Psychosocial Support im Englischen. Also diese Möglichkeit, dass wenn man alleine nicht mehr weiter weiß, man andere findet, die einem helfen. Das ist ziemlich erodiert in einer Welt, in der sozusagen dieser Wettbewerb so in den Mittelpunkt gestellt wird und die ganzen sozialen Beziehungen nur noch davon bestimmt werden, was man von dem anderen kriegen kann und wie man den über den Tisch kriegen kann. Das mit der eigenen Kompetenz ist auch ziemlich erodiert, weil es viel zu viele Leute gibt, an die man sich wenden kann für Geld, damit die das tun. Es gibt leider sehr viele Menschen, die sind nicht mehr in der Lage, einen Abfluss, wenn er verstopft ist, wieder frei zu machen oder einen Nagel in die Wand zu hauen. Wir brauchen immer einen Dienstleister. Und das gibt einem nicht das Gefühl, dass man sehr kompetent ist, wenn man für alles einen rufen muss. Sodass also dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nicht allzu stark ist. Aber mit dem Mund natürlich schon, aber wenn es dann ernst wird, wissen sie nicht mehr, wie es geht. Es sind viele Menschen regelrecht lebensuntüchtig geworden vor lauter Dienstleistungen, die sie da in Anspruch nehmen. Es geht uns ja auch so, viele Leute können ohne dieses Gerät ja auch nicht mehr ausgehen. Das ist das eine. Das zweite Vertrauen in das Gemeinsame, das ist auch nicht so groß. Und das dritte, die große Vertrauensressource ganz hinten, die ist genauso kaputt. Das ist das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Ich sage es mal jetzt so ganz allgemein. Das hat was Spirituelles. Das ist auch das, was die Religionen immer versprochen haben. Und es ist aber auch das, was die Märchenbücher vermitteln, wenn wir unseren Kindern diese alten Hausmärchen vorlesen. Das ist immer dieselbe Geschichte. Es ist am Anfang alles okay. Dann wird es furchtbar. Und dann passiert ein Kniem-Bim oder irgendein Zauber oder Wunder und dann wird es wieder gut. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Das ist eine Vertrauensgeschichte. Also da wird eine Geschichte erzählt, die in dem Kind dieses Bewusstsein stärkt, dass es wohl schwierige Phasen gibt, aber dass es auch wieder gut wird. Das haben wir auch nicht mehr. Wir wissen nicht, ob es wieder gut wird. Und deshalb haben so viele Leute so viel Angst und deshalb sind die so anfällig für das, was da an Meldungen durch die Medien sie überflutet. Und dann rennen sie umher wie die aufgescheuchten Jünger und wissen nicht mehr, wo es lang geht. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann rufen sie nach einem Anführer, der ihnen zeigt, wo es lang geht. Und davor habe ich ehrlich gesagt Angst. Und deshalb bemühe ich mit dem, was ich tue, mich immer sehr darum, dass Menschen sich sozusagen aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. und das ist eine, das ist erkannt. Der hat mal gesagt, es geht nicht darum, dass du alles weißt, was es auf der Welt gibt, dass du über alles bestens informiert bist. Das ist nicht Aufklärung, wenn ich dir sage, wie es ist. Aufklärung ist, dass du den Mut aufbringst, dich deines Verstandes auch wirklich zu bedienen. Also aufgeklärt, also viel Wissentum alle jedenfalls, sehr viele wissen sehr viel, aber dass die den Mut hätten, sich ihres Verstandes auch zu bedienen. Und der Kant hat ja den Verstand noch ein bisschen tiefer gefasst als wir heute. Das heißt, dass die den Mut haben, auch diesem inneren Ruf zu folgen, der ihnen sagt, da geht es lang. Das kann man durchaus nicht sagen und somit wird dann auch ein bisschen deutlich, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, wo wir uns sozusagen zu Tode informieren und immer weniger wissen, woraus es wirklich ankommt. Diese Flut von Informationen, die uns da alles tagtäglich erreicht, ist bestenfalls geeignet, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, was wichtig und was unwichtig ist. Weil immer wieder was Neues kommt, alles ist emotional aufgeladen mit wilden Bildern und entsprechenden Kommentaren, sodass, wenn man sich wirklich darum kümmert, ist man verloren. Also das ist eigentlich wirklich eine riesige Gefahr. Weil man braucht ja, also alle Lebewesen, auch jede Zelle und jede Pflanze und jedes Tier, die brauchen doch die Möglichkeit, wenn etwas Bedrohliches geschieht oder wenn irgendetwas sich in ihrer Welt ändert, das anderen mitzuteilen. Im Hirn werden Botenstoffe ausgeschüttet, mit der eine Nervenzelle der anderen irgendwas sagt. Und draußen im Wald werden Duftstoffe von den Blättern ausgeschüttet, wo ein Baum dem anderen was sagt. Wenn das auf einmal so eine Flut von lauter Botenstoffen oder Duftstoffen oder was auch immer oder bei uns eben von lauter Worten und Meldungen wird, da weiß man nicht mehr, kriegt man das Wichtige nicht mehr raus. Und dann wird es schwierig, dann wird es gefährlich für eine Gesellschaft. Weil dann können sich die Menschen ja nichts mehr mitteilen. Oder nur noch Unsinn. Und dann ist es nur noch Geschwätz. Und das hat man jetzt ja über die letzten zwei Jahre ganz besonders erfahren, oder da ist dann auch die Tendenz, irgendwo ein Gräben zu öffnen, sag ich mal, zwischen Menschen oder Menschengruppen vielleicht sogar. Und vielleicht die eigene Angst, sag ich mal, als Feinbild auf jemand anders zu projizieren oder sich selbst die Schuld zu geben, sich als, sag ich mal, Versager oder schuldig für das eigene, sag ich mal, paralysiert sein zu finden. Jetzt haben Sie aber noch was Schönes geschrieben, oder? Also auch eine der das Selbstverständnis, oder? In dem Sinne haben Sie geschrieben, alle Menschen versuchen ihr Leben und ihr Zusammenleben mit anderen so zu gestalten, dass sie glücklich sind, oder? Das schwingt da wirklich ein, dass jeder im Kern irgendwo immer versucht, das Beste zu tun. Ja, das hat sich vorhin noch gar nicht zu Ende gebracht. Da wollte ich ja mit dem Darwinismus und dem Wettbewerb eigentlich darauf hinaus, dass wir soziale Wesen sind und dass wir ohne andere gar nicht leben können. Und dass das auch eine Ideologie ist, dass wir als Einzelkämpfer umherlaufen. Und alles, was ich weiß oder was Sie wissen und können, das haben wir von anderen Leuten. Also wir können noch nicht mal auf zwei Beinen laufen, wenn uns nicht jemand gezeigt hätte, wie das geht. Können nicht reden. Also es gibt uns eigentlich als Menschen gar nicht im Singular. Wir sind soziale Wesen und müssen versuchen, dieses Zusammenleben irgendwo hinzutreten. Und da sind eben die Gemeinschaften, die wir dabei herausgebildet haben, nicht immer günstig. Und da müsste man eigentlich versuchen, also nicht immer günstig, das sind zum Teil Zwangsgemeinschaften. Also früher waren das oft Zwangsgemeinschaften. Weil die konnten gar nicht anders. Da war der Besitz und ihr Bauernhof und so, das hing alles da dran. Da konnte man nicht diese Gemeinschaft in Frage stellen. Die sind zwanghaft zusammengeblieben. Auch die Ehen haben damals zwanghaft gehalten, obwohl da im Bett schon lange nichts mehr lief. Und dann gibt es noch Angstgemeinschaften. Die haben wir jetzt während der Corona-Phase schön gesehen, wo die sich alle zusammenschließen, Zähne schlotternd und sich darüber einigen, dass es also nur mit Masken geht oder mit Impfen. Die eine Sorte und die anderen schließen sich zusammen und einigen sich darauf, dass das wohl irgendwas Satanisches gewesen sein muss, dass das in die Welt gebracht hat und dass es da irgendwelche dunklen Mächte gibt, die das gemacht haben. Dann sitzen die in der einen Ecke, die anderen in der anderen Ecke und dann kann man sich auch eigentlich gar nicht mehr austauschen. Und das sind alles ungünstige Gemeinschaften. Und was wir bräuchten, sind eben Gemeinschaften, in denen sich jeder Einzelne so aufgehoben und geborgen und verbunden fühlt, dass er dann in dieser Gemeinschaft auch das Gefühl hat, dass er noch nie so sehr über sich hinausgewachsen ist wie dort. Weil die sich alle auch gegenseitig in solchen, das sind dann Potenzialentfaltungsgemeinschaften, das sind dann Gemeinschaften, wo jeder sich darum bemüht, dass der andere ins Wachsen kommt. Also auch in der Partnerschaft, wenn das nur darum geht, dass man gemeinsam auf dem Sofa sitzt und eine schöne Zeit hat, das wird, glaube ich, auf Dauer nichts. Aber wenn man anfängt, dann auch noch da sich zu fragen, was der andere, was die Partnerin oder der Partner braucht, damit der in seine Kraft kommt und über sich hinaus wachsen kann. Das wäre dann ein unbedingtes Interesse am Wachstum des anderen. Das würde ich sagen, das verdient so etwas wie die Bezeichnung Liebe. Und da geht es dann. Und solche Gemeinschaften haben wir eben oftmals noch nicht mal auf der Ebene von Partnerschaften und noch seltener im Bereich von anderen Gemeinschaften. Obwohl ich denn eben auch merke, dass wir im Augenblick dabei sind, diese alten Lebensformen, die wir so kannten, infrage zu stellen, dass es immer mehr junge Leute gibt, die dann nach alternativen Lebensformen suchen. und das aber nicht so chaotisch, wie wir das als 68er damals gemacht haben. Sondern da ist jetzt schon, da ist auch viel Erfahrung eingeflossen und die wissen, dass das nicht so ganz einfach ist und gehen da zum Teil also auch sehr sorgfältig und achtsam und bewusst damit um. Kann sein, dass das dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch klappt. Es ist ja schwer, weil keiner hat das gelernt. Wir kommen alle nicht aus solchen Gemeinschaften. Also schon hier in der Nähe gibt es eine Gemeinschaft, da geben die alle ihr Geld ab. Auch die Erbschaft, falls sie mal eine kriegen. Also ich merke, man wie man, wenn man sich das dort anhört und guckt, das ist schön, die haben eine gemeinsame Kasse, die haben einen ganzen Tourpark von Elektroautos, mit denen die fahren, die haben auch wirklich einen Haufen Geld. Ist für alles gesorgt. Ich glaube, die brauchen 180 Euro pro Person im Monat. Aber ja, es ist schon eine gewisse Überwindung, wenn man sich vorstellt, dass man sein ganzes Gespartes dort reinwirft in den großen Topf und dann nicht, muss man sich drauf einlassen können. Da merkt man plötzlich, wie man klebt, wie man festklebt an den Besitztümern. Und das ist die häufigste Form von Gemeinschaft, die wir im Augenblick haben, eine Besitzstandwahrungsgemeinschaft. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch über das Matriarchat. Das war ganz interessant mit Frau Dr. Heidegöttner-Abendroh. Und sie hat eben das umschrieben. Und das war einfach so fern, hat er sich das überhaupt erst mal vorstellen zu können, weil man, weil das eigentlich ganz anders ist, wie man das halt hier so als normal erfahren hat. und sie haben ja auch dann mehrfach darüber geschrieben, oder sich als Subjekt wieder zu entdecken, gegenseitig, und nicht als Objekt zu betrachten, oder? Das umfasst das ja eigentlich, was jetzt. Ja, deshalb bin ich auch mit dem Matriarchat und dem Matriarchat nicht so ganz sicher. Das könnte auch sein, dass der eigentlich große Riss in der Menschheitsgeschichte dadurch gekommen ist, dass Menschen angefangen haben, so klug zu werden, dass die Getreide anbauen und Vieh züchten konnten. Das ist der Übergang von der Jäger- und Sammlergemeinschaft, wo sie wirklich noch individualisierte Gemeinschaften waren, wo keiner irgendwelchen Besitz hatte, wo sie umhergezogen sind, wo einer auf die anderen angewiesen war und jeder, der irgendwas konnte, der war auch wichtig. Also die Kräuterfrau und der Spurenleser und der Fellabzieher, die waren alle gleichermaßen bedeutsam und jeder kam dann zum Einsatz und hat die Führung übernommen, wenn diese Tätigkeit gerade angesagt war. Das sind richtige, schöne, individualisierte Gemeinschaften. Und dann kam das zu dieser Sesshaftwerdung. Ob das die Männer oder die Frauen gewesen sind, die das eingeleitet haben, weiß ich gar nicht. Menschen haben einfach gelernt, dass man also das Getreide nicht einfach draußen auf der Wiese sammeln muss, sondern dass man das auch reinsehen kann. Und das war auf einmal eine Dimension, die sich da auftat, weil da plötzlich Nahrungsmittel in ausreichenden Mengen produziert werden konnten. Und auf einmal waren nicht mehr alle gleichermaßen gebraucht in so einer Gesellschaft. Der Ziegenzüchter und der Ackerbauer, die waren wichtiger für das Überleben der ganzen Gemeinschaft als die Spurenleserin und die Kräutersammlerin. So, und da kann es sein, dass sich das sozusagen auch am Anfang von ganz allein so ergeben hat, dass die Gemeinschaft dann auf das gehört hat, was der Oberviehzüchter und der Oberackerbauer gesagt haben. Und dann hat man diesen Übergang in die hierarchische Ordnungsstruktur. Und dann kann sowas passiert sein, dass das Männer noch besser als Frauen gekonnt haben, dass es solche hierarchischen Ordnungsstrukturen ausgenutzt haben für die Machterhaltung, ja. Und in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen, die haben wir jetzt ja mindestens seit 10.000 Jahren, das ist also eine alte Erfindung, oft wird auch vergessen, dass wir davor also ein paar hunderttausend Jahre ohne diese hierarchische Ordnungsstruktur ausgekommen sind. Das ist also prozentual von der ganzen Menschheitsentwicklung ist diese Hierarchie ein kurzes Stück, fünf Minuten auf der Uhr. Der Rest der Zeit waren das individualisierte Gemeinschaften, die keine Besitztümer angehäuft haben und nicht sesshaft gewesen sind. Und diese hierarchische Ordnungsstruktur ist eben so, dass immer der oben den Unteren vorgeben kann, was sie zu tun und zu lassen haben. Das heißt, das führt zwangsläufig dazu, dass die Unteren zum Objekt gemacht werden, zum Objekt der Vorstellungen, der Erwartungen, der Belehrungen, der Bewertungen, der Maßnahmen, der jeweils übergeordneten. Und das ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn die dann, muss ja auch eine Gesellschaft, muss ja auch eine Ordnung aufrechterhalten. Deshalb hat sich wahrscheinlich die Hierarchie herausgebildet, wenn die alle durcheinander machen würden. Sie zogen ja nicht mehr umher, die waren ja jetzt in Städten und wurden größere Gemeinschaften. Da musste irgendein Ordnungsprinzip her und da ist die Hierarchie eben so eins, was sich erst mal eignet. Ist nicht ganz optimal, aber es hilft was. Führt dazu, dass die Leute unten sich furchtbar anstrengen, dass sie hochkommen. Das kennst du noch von der Bank? Das kenne ich, ja. Das hat sich bis heute deshalb so sehr bewährt und auch in allen Bereichen der Gesellschaft umgesetzt und hat nur einen einzigen Nachteil und ich glaube, es ist jetzt so, dass dieser Nachteil langsam deutlich wird. Hierarchien sind zu unflexibel. Die können sich nicht verändern, wenn sich die Welt verändert. Und die Welt verändert sich im Augenblick immer schneller und deshalb sind solche autoritären Ordnungsstrukturen mit so einer Hierarchie, das ist kein Zukunftsmodell. Die können es zwischendurch noch mal geben. Der Trump hat das ja auch mal versucht und Orban wäre jetzt auch so einer, vielleicht der Putin auch. Aber das Zeitalter dieser hierarchen autoritären Ordnungsstrukturen ist wohl vorbei. Und da haben wir das Problem, du kannst aber die autoritäre Ordnungsstruktur von oben nach unten, die Kommandos, die kannst du nicht abschaffen, wenn die Leute nicht in der Lage sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Also aufgescheuchte Hühner brauchen einen Hahn, der ihnen sagt, wo es lang geht, sonst verlaufen die sich alle. Es sei denn, die aufgescheuchten Hühner sind sozusagen mündige Bürger geworden und dann wüssten die, wie sie umherlaufen müssen, damit sie nicht vom Fuchs gefressen werden und sich im Wald verlaufen. Das ist eine schöne Metapher jetzt hier. Ja, also wenn ich zurückgucke auf meine Schulausbildung, sage ich mal, da gab es irgendwie, also das, was ich, also wir sind das hier, diese Bandbreite an Vielfaltigkeit und in der Schule wird so ein kleiner Ausschnitt ausgewählt, über den wir dann bewertet werden. Also nicht, dass jetzt die Parallele kam jetzt gerade und dann bewertet man sich selbst darüber, wie sehr man in diesem kleinen Ausschnitt hier funktioniert oder nicht. Also das ist für mich sehr wertvoll war zu hören, dass irgendwo in jedem von uns eine, sage ich mal, Talent oder eine Bestimmung, also wie auch immer man das umschreiben möchte, schlummert. Und nur das mal zu hören, das hat bei mir begonnen, irgendwie den Fokus wieder ein bisschen zu öffnen. Würden Sie das auch so unterschreiben, dass irgendwo, also jede spezifische Gaben, Talente, Bestimmung in dem Sinne hat, die in einem schlummert, liest du? Ja, natürlich. Das ist ja nur jetzt im Augenblick eine besondere Kulturleistung, dass wir hier in diesem Breitenkraten die Vorstellung haben, dass kognitive Leistungen, also mathematische Leistungen, irgendwas Besonderes sind. Und dann vielleicht auch noch musikalisch, also Musikgerät spielen, das wird dann auch noch so als hochbegabt eingeschätzt und dann vielleicht auch noch irgendeine oder andere Sportart. Und das heißt, wir achten nicht alles gleichermaßen, was Menschen so können und an Fähigkeiten mitbringen, sondern wir haben uns manches ausgesucht, was wir besonders toll finden, weil wir das in dieser Gesellschaft besonders gut gebrauchen können. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, Kirschkern weit spucken, ist auch eine Hochbegabung. Aber die wird ja nicht so geschätzt. Aber das ist eine kulturelle Frage im Amazonasgebiet, wo die noch mit dem Glasrohr ihre Nahrung von den Bäumen schießen müssen. Wäre so ein Kirschkern-Weitspucker hier von uns, der würde von denen nur so bewundert, weil er kann nicht viel besser als alle anderen. Und dann würde der gefördert und er würde der Oberblasrohrschießer und hätte was zu sagen, vielleicht wird er sogar der Chef von der ganzen Truppe. Also das ist alles sehr relativ mit unseren Zuschreibungen und unseren Bewertungen. Und in der gegenwärtigen Welt ist es halt so, dass wir diese Talente, also bestimmte Talente und Begabung, toll finden und dann die auch zur Perfektion entfalten wollen. Und in anderen Gesellschaften ist es anders. Und richtig ist nur eines, nämlich dass jedes Kind mit besonderen Talenten und Begabungen zur Welt kommt und dass es schade ist, wenn es dann in eine Welt von Erwachsenen gerät, die diese Talente und Begabungen nicht sehen, weil sie glauben, es käme auf andere an. Also der Kirschkern-Weitspucker typischerweise wird in unserer Welt, in der Schule und von den Eltern wohl kaum erkannt mit seiner Begabung. Also ergibt es denn ein Ziel für die Potenzialentfaltung? Ja, es gibt eine, das führt uns jetzt in ganz tiefe Gefilde, es gibt so ein universelles Prinzip. Das kennen auch die Physiker und die sagen, es geht bei der Expansion des Universums und was da alles so passiert, darum, die Möglichkeitsräume immer stärker zu erweitern. Möglichkeitsräume. Also das heißt, der Möglichkeitsraum ist viel größer, wenn Partikel miteinander interagieren können. Wenn die noch so energiegeladen sind, dass die immer noch wegfliegen, können sie nicht interagieren und deshalb muss erst mal eine ganze Menge Energie raus, seit dem Urknall, dass da plötzlich immer mehr interagieren kann und am Ende wird diese Interaktion so fein, dass da sogar Lebewesen entstehen und die haben wieder einen ganz anderen Möglichkeitsraum als einen Stein. Und jetzt ein lernfähiges Lebewesen hat noch einen anderen Möglichkeitsraum als eins, was nichts lernen kann und so kann man sich das vorstellen, dass Potenzialentfaltung eigentlich nichts weiter ist als Ausdruck dieses universellen Prinzips der ständigen Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Und jetzt wird auf einmal klar, was ich vorhin gesagt habe, wo der eine oder andere wahrscheinlich sich noch gesagt hat, was redet er denn da von Schwachsinn? Spezialisierung ist keine Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Das ist ja eine Einengung. Also im Vorgesatz Potenzial nimmt ab. Der Leistungssportler und der Fachidiot, die sind sozusagen eng. Und jetzt müssen wir als Menschen aber sagen, jetzt fängt es erst an, richtig interessant zu werden, müssen wir sagen, wir müssen uns aber solche Spezialisten leisten können. Und dann heißt, die richtige Antwort heißt eigentlich, ja, wenn wir denn dafür sorgen könnten, dass diese Spezialisten und diese Leistungssportler alle miteinander verbunden würden, dann ging es. Und dann, das wäre dann wie ein Organismus. Dann habe ich eine Leberzelle, das ist ja auch ein Spezialist, aber diese Leberzelle bildet sich nicht ein, dass sie besser ist als die Lungenzelle. Und die dürfen beide ihren Job machen und dürfen ihre Erfüllung darin finden, in dem, was sie so ganz besonders gut können. Aber sie dürfen nicht vergessen, wofür sie unterwegs sind. Nämlich, dass ich hier als Ganzes noch ein bisschen unterwegs sein kann. So, und da haben wir einfach eine Gesellschaft geschaffen, in der wir lauter Spezialisten haben, aber die arbeiten nicht zusammen. weil diese Ideologie so ausgebreitet und tief verankert ist, dass eben der Wettbewerb notwendig ist und dass man die anderen wegstoßen muss. Und das ist, dann wird es schwierig. Vielleicht noch diese Frage, also könnte man das dann so konzeptualisieren, als dass das Ziel in dem Sinne der Weg ist, also eine Haltung dann entsteht, aus Lebendigkeit, haben Sie vorher gesagt, oder vielleicht der Freude oder Begeisterung, dass das in dem Sinne das Ziel ist. Dann würde man nicht mehr fragen, was will ich erreichen, sondern dann würde man sagen, wie will ich unterwegs sein? Also will ich ein liebevoller Mensch sein oder einer, der auf seine Würde achtet oder einer, der rücksichtslos und würdelos und lieblos durch die Gegend latscht? Das sind Entscheidungen, die man für sich selbst treffen kann und die geben seinem eigenen Dasein dann ja auch eine gewisse Orientierung. Also man kann sich auch fragen, wofür man eigentlich sein Dasein so hergeben möchte, wofür man sich einsetzen möchte. Muss man ja, der eine macht es fürs Investmentbanking und damit fürs Geld verdienen und dann offenbar für sich. und dann gibt es aber auch welche, die setzen sich dafür ein, dass die Vielfalt an Lebewesen erhalten bleibt und die Bienen nicht sterben. Die machen es für die Bienen. Das ist etwas Unterschiedliches. Das ist nicht dasselbe, ob ich für mich selbst meine Aktivitäten auf das richte, was mir nützt oder ob ich meine Aktivitäten dorthin verschenke, wo es anderen was nützt. Und dann aus diesem Selbstverständnis stellen sich dann auch die Fragen gar nicht mehr, oder? Ja, das sind viele Fragen. Weil das selbstverständlich wird, oder? Dann wird es auf einmal einfach und auch übersichtlich und dann kann man diesen Weg gehen, ohne dass man sich da ständig immer wieder neu in Frage stellen muss. Und manche machen das ja auch so. Also das sind, den erkennt man aber schon von Weitem. Das sind eben auch Menschen, die wissen, was sie wollen, die brauchen nicht mehr so viel. Sie sind auch nicht mehr verführbar. Da kann einer kommen und kann sagen, bei mir kannst du ganz viel Geld verdienen. Das interessiert die nicht, weil die sagen, hilft das den Bienen oder nicht? Dann haben sie so eine Art Kompass, mit dem sie im Leben unterwegs sind. Und das macht sie nicht mehr manipulierbar. Das Problem ist, wir hatten früher mal Gesellschaften, da ist Herrschaft gesichert worden durch Unterdrückung. Gibt es heute auch noch. Also ist noch nicht weg, das Modell. Aber es hat sich doch zunehmend und vor allen Dingen mit der Ausbreitung der Medienindustrie ein anderes Modell durchgesetzt, um Herrschaft zu sichern. Und das ist Verführung. Verführung ist ziemlich furchtbar, weil der Unterdrücker kann sich ja noch als Subjekt erleben und kann was tun. Der kann sich wehren, der kann sich mit anderen zusammenschließen, der kann eine Partei gründen oder keine Ahnung. Aber der ist noch ein Subjekt, der sich noch als Subjekt erlebt. Der Verführte, der weiß ja gar nicht, dass er verführt ist. Der ist seinem Verführer am Ende noch dankbar und schützt ihn noch. Also die Hypnose, meine ich. Ja, nee, nee. Das ist hier, wir reden über Facebook und Herrn Zuckerberg und Konsorten, die also ganz bewusst die Leute sozusagen verführen. Ja. Wir reden über Werbestrategen, die uns alles Mögliche einreden. Wir reden über Meinungsbildner, die dafür sorgen, dass die Leute hier alle was ganz Bestimmtes glauben und von was ganz Bestimmten überzeugt sind. Das ist alles Verführung. Das ist hochgefährlich. Und da weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen kann, dass das jetzt nicht mehr mit Unterdrückung passiert. Bei Unterdrückung hätte man sich ja noch gewehrt. Also Unterdrückung in dem Sinne, man ist sich dessen bewusst, aber hier, das passiert komplett unbewusst. Hier hängst du drin, ja. Es wird dir überall was Nettes angeboten. Sie meinen es auch alle gut mit dir und du kriegst noch ein Hilfsmittel und noch eine Unterstützung und das Ergebnis ist am Ende, bist du völlig lebensuntüchtig und abhängig geworden von denen, die dir deine Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Das ist schwierig. Die können dann mit dir machen, was sie wollen, weil du kannst ja alleine nicht mehr leben. Ohne Smartphone geht es nicht mehr. Oder man glaubt da zusammen, zumindest, oder? Also ist dann der Schritt, sich nicht mehr selbst zu glauben in dem Sinne? Nein, das wird ja, die Realität holt uns dann ja ein. Es wird ja, die Experten sagen ja auch, dass es nicht die Frage ist, wann der Blackout kommt, sondern wenn der Opa kommt, sondern sie sagen, das ist nur eine Frage, wann er kommt. Und dann geht dann eben mal plötzlich das alles nicht mehr. Und dann werden sich einige Menschen wundern, glaube ich. Der Zwangsentzug sozusagen. Ja, man weiß, ob sie dann noch genug Kerzen im Haus haben, um wenigstens eine Kerze anzuzünden. Aber man muss da nicht rein, man kann es ja auch, das Hirn ist das ganze Leben dann formbar und plastisch und deshalb kann man jederzeit unterwegs die Kurve kriegen. Und um nicht verführbar zu sein, müsste man sich nochmal fragen, was man eigentlich will. Und dann müsste man für sich selbst so einen Weg finden und suchen, vielleicht auch immer wieder neu, der nicht zu einem Ziel führt, sondern der ein Anliegen realisiert. Und dann kann man sich jeden Abend vor den Spiegel stellen, kann sich fragen, ob man diesem Anliegen, also ein wirtevoller Mensch zu sein oder ein liebevoller oder friedfertiger oder was weiß ich, ob man dem durch das, was man an diesem Tag gemacht hat, ein Stück näher gekommen ist. Und wenn es so ist, sagt man toll und wenn es nicht so ist, dann sagt man, okay, dann gebe ich mir morgen noch ein bisschen mehr Mühe. Aber das geht in alles, das bleibt in diese eine Richtung ausgerichtet. Es ist nicht irgendjemand, der da kommen kann und einen für irgendwas überregen kann, was in die andere Richtung geht. In diesem Sinne. Ja, Herr Hüther, also ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein letztes Wort haben, das Sie uns teilen möchten. Wir haben eigentlich das so locker darüber geredet, dass ich einfach denke, wenn das jemand jetzt mitverfolgt hat, kann man anfangen, über das ein bisschen nachzudenken. Es ist so, dass wir, man kann keinen anderen Menschen ändern. Was wir hier machen, sind Einladungen und Ermutigungen und Inspiration, dass man sich selbst noch mal fragt, ob das Leben, was man da führt, wirklich das ist, was man führen wollte. Ob es das alles gewesen sein soll oder ob da nicht noch was geht. Und es geht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es geht da doch noch eine ganze Menge. Man muss es nur wollen. Dann geht es auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Erinnerung, aber auch die Inspiration. Alles Gute. Ihnen alles Gute, Herr Hüther und natürlich auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlichen Dank und ich hoffe, die Inspiration kommt an. Alles Gute und bis bald. Was ist mein Potenzial? Was steckt wirklich in mir? Ist es möglich, freudvoll, fröhlich, erfüllt zu sein und das auszudrücken, was ich wirklich bin? Habe ich überhaupt einzigartige Gaben und Talente? Ja, wie finde ich die? Und wenn ich sie finde, wie bringe ich die hier zum Leben? Ja, ist es überhaupt möglich, sein Lebensunterhalt davon zu bestreiten, was ich bin und liebe? Ja, das sind einige der Fragen, die mich seit über einem Jahrzehnt antreiben. Ich möchte keine endgültige Antwort geben, aber ich habe auf meiner Suche wertvolle Prinzipien gelernt, die mir geholfen haben, mich selbst wiederzufinden und das, was ich wirklich bin, hier Stück für Stück in das Leben zu bringen, unabhängig von Erwartungen, unabhängig von Konditionierung, unabhängig von limitierenden und selbstbegrenzenden Gedanken und Mustern und jetzt möchte ich die Brücke sein, du siehst sie hier hinten und diese Prinzipien an dich weitergeben, sodass ich dich eben nicht nur mit meinen Worten daran erinnere, sondern dir ermögliche, das selbst zu überprüfen, zu entdecken, zu erfahren, also tatsächliche Selbstentdeckung, Selbstbefähigung, dass du ein wundervoll kreatives Wesen bist, ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes und das Potenzial und die Möglichkeit hast, genau das zu entfalten und dich und deine Kreativität freizusetzen, das ist meine Mission, sozusagen jetzt und ganz wichtig, glaub nicht meinen Worten, aber auch nicht deinen möglicherweise skeptischen Gedanken, wenn du mir jetzt zuhörst, sondern überzeug dich selbst, probiere es aus und mach bei unserem nächsten Seminar strukturelle Kreativität mit, mehr Informationen hier, die Teilnahme ist kostenlos, ja ich freue mich, deine Kreativität zusammen freizusetzen.